Willkommen in Deutschland, genauer an der Ostseeküste, auf der Halbinsel Fischland, das Zingst. Zingst ist vor allem bekannt für seine Fotoausstellungen. Doch es gibt in der Region ganz spannende Sachen, die man fotografieren kann. Zum Beispiel die Hirschbund im Nationalpark in Darsen. Die Hirschbund im Nationalpark in Darsen. Doch nicht nur Hirsche lieben die Region, sondern auch Kranische. Die machen ihr Halt, wenn die im Flug Richtung Süd. Und die machen das flottenweise und mit ziemlich viel Lärm. Die Hirschbund im Nationalpark in Darsen. Die Hirschbund im Nationalpark in Darsen. Die Hirschbund im Nationalpark in Ds. Die Hirschbund im Nationalpark in Darsen. Untertitelung des ZDF, 2020